Der muss auch zu ersetzen sein, Lajos Süß für den erkrankten Reinke im Tor. In dieser Saisonphase nahmen sich die Bayern ihre deftige Krise. Visionen in der Pfalz. Gegen alle Physik war dieser Kunstschuss von Ratinho selten und sehenswert. Ein lebhaftes 0 zu 0 gegen Buchwald und Co., FCK-Chancen im Überfluss und man lernt nie aus als Profi. Sie haben es schon drin gesehen und Ladeposten auf einmal treffen ist gar nicht so einfach.